Bhagavad Gita, Vers 4.15 Alle befreiten Seelen der Vergangenheit handelten mit diesem Verständnis und erlangten somit Befreiung. Daher solltest du, wie die Alten, deine Pflicht in diesem göttlichen Bewusstsein erfüllen. Erklärung Es gibt zwei Gruppen von Menschen. Die Herzen der einen sind von materiellen Dingen vergiftet, während die Herzen der anderen von materieller Verunreinigung frei sind. Krishna-Bewusstsein ist für beide von gleichem Nutzen. Diejenigen, die innerlich völlig verschmutzt sind, können sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigen, um durch die regulierenden Prinzipien des hingebungsvollen Dienens allmählich gereinigt zu werden. Diejenigen, die von allen Unreinheiten bereits frei sind, sollten weiterhin im Krishna-Bewusstsein handeln, sodass andere Menschen ihrem beispielhaften Verhalten folgen und daraus ihren Nutzen ziehen können. Törichte Menschen oder Neulinge im Krishna-Bewusstsein wollen sich oft von allen Aktivitäten zurückziehen, ohne das Krishna-Bewusstsein zu kennen. Arjunas Verlangen, sich von den Aktivitäten auf dem Schlachtfeld zurückzuziehen, wurden vom Herrn nicht gebilligt. Man muss wissen, wie man zu handeln hat. Sich von den Tätigkeiten des Krishna-Bewusstseins zurückzuziehen, abseits zu sitzen und Krishna-Bewusstsein vorzutäuschen, wird nicht empfohlen. Vielmehr sollte man sich im Feld der Aktivitäten für Krishna beschäftigen. Arjuna wird hier der Rat gegeben, im Krishna-Bewusstsein zu handeln und dem Beispiel vorangegangener Schüler des Herrn zu folgen, wie zum Beispiel dem Sonnengott Vivasvan, von dem bereits zuvor die Rede war. Der Herr kennt sowohl seine vergangenen Aktivitäten, als auch die der Menschen, die in der Vergangenheit im Krishna-Bewusstsein handelten. Deshalb empfiehlt er Arjuna, wie das Sonnengott zu handeln, den er vor einigen Millionen von Jahren diese Kunst lehrte. Es wird hier erwähnt, dass alle Schüler Krishnas befreite Seelen sind und die Pflichten erfüllen, die ihnen von Krishna gegeben wurden.